Für mich ist das Europa von morgen eine Gemeinschaft, die zusammenhält. C'est une Union avec un vrai fonctionnement démocratique. Pour moi, l'Europe de demain sera inclusiv, juste, écologique et féministe. Das Zuhause der Vielfalt, von Sprachen, von Kulturen, von Perspektiven. Offener, nachhaltiger und vor allem unbeokratischer. Plus responsable, libre et antinationalist. Uni face à l'adversité. Mein Europa von morgen hat es geschafft, Bildung gerechter zu gestalten. Ein Europa mit noch mehr Zusammenhalt und Fortschritt. Für mich ist das Europa von morgen die Klimakrise ernst und handelt. Feminist, durable und solidär. Austausch statt Ausbeutung und Ausgrenzung. Für mich ist das Europa die beste Errungenschaft der Menschheit. Für mich ist das Europa die beste Errungenschaft der Menschheit. Für mich ist das Europa die beste Errungenschaft der Menschheit. Das Europa von morgen sind wir. Mein Europa von morgen und seine humanitäre Verantwortung in einer globalisierten Welt konsequent war. Für mich ist das Europa von morgen die Demokratie und der Sprache. Ein Ort der konsequenten Demokratie, der Diversität und der Konkurrenzfähigkeit. Es ist ein Non-Souverän, der unsere Demokratie-Demokratie-Vale. Mein Europa von morgen ist mehr von jungen Menschen gestaltet. Für mich ist das Europa von morgen die USA. In meinem Europa von morgen werden die Entscheidungen nicht nur von alten weißen Männern getroffen. Mein Europa von morgen lässt keine Menschen im Mittelmeer ertrinken. Mein Europa von morgen ist sozialer, demokratischer und konsequenter im Umgang mit seinen Werten und dem Klimaschutz. Mein Europa von morgen ist das Europa von morgen. Mein Europa von morgen ist das Europa von morgen. Mein Europa von morgen ist das Europa von morgen.